So Leute, da sind wir beim nächsten Video und wir starten bzw. gehen weiter mit den 2022 Challenger Decks, die ich mal ankündigt hatte vor einiger Zeit, dass ich mir drei stücke geholt habe. Wir haben das Mono-Weiße gezeigt, jetzt gucken wir uns das Blau-Schwarze an. Das Demi-Control, wahrscheinlich das teuerste und aktuell immer noch beliebteste Deck aus bestimmten Gründen, gerade im Vergleich zu den Mono-Weißen. Ich muss sagen, es ist von den dreien, die ich bisher geholt habe, es ist meiner Meinung nach das schlechteste oder das schwächste oder nicht so coolste, sagen wir es mal so. Was ich mir nicht geholt habe, ist das Rakdos, weil das Rakdos ist für mich halt absolut kein Deck. Immer noch nicht. Auch wenn das hin und wieder mal gespielt wurde und gespielt wird, aber das ist halt für mich kein Deck. Ich finde das Challenger Deck einfach schlecht. Gucken wir uns das Blau-Schwarze an. Fear the Reaper. Oh mein Gott. Das ist ein sehr, sehr guter Song, by the way. Jetzt fühle ich mich alt. Danke Wizards. Ich fühle mich alt durch eure Texte da drauf. So, wie immer gucken wir uns erst mal an. Oh mein Gott, ne Katje. Oh mein Gott, ne Katje. Gucken wir uns an, was wir haben. Mysterious Catgeist. Den habe ich neulich bestellt. Hä? Hätte ich vielleicht erst noch mal in die Deckliste gucken sollen. Mist. Sideboard haben wir. Mysterious Catgeist. 2.1.1 Schaden zu wenig. Zählen wir in der Karte. Ganz cool. Ich mag den Artwork. Ich mag den Artwork. Ich mag den Artwork. Ich mag das Artwork. Und wie immer bei diesen Sachen. Ich werde einmal durchgehen und werde bei Rares stoppen, die vorlesen. Werde bei bestimmten Karten, wo ich was rauspernten möchte, wie zum Beispiel hier. Wunderschön. Mit dem Artwork. Und auf der Rückseite sieht man so, wie dieses Gewebe da noch ist. Und dann halt diese Katzen da. Oh. Es ist cool. Und ja. Sowas werde ich anhalten und sagen. Aber ansonsten, ja. Gehen wir nur bei den Rares. Wie jetzt mit Syphon Inside. Ein schwarzes und blaues Instant. Wir gucken uns die obersten zwei Karten von einem Spieler unserer Wahl an. Gegner unserer Wahl sogar nur. Exilen eine davon face down und die andere legen wir drunter. Wir können die verdeckte Karte immer angucken und können die spielen, solange sie im Exil bleibt. Und sie hat Flashback. Und wir können mal eine Bliegerfarbe ausnutzen. Das ist wirklich ganz cool. Dann wird zwei Stück von. Hier ist sie auch so komisch sortiert. Hier ist auch ein Duress. Hier ist auch ein Duress. Was ist denn da mit der Maschine passiert? Zwei Negates. Zwei. Da. Swordcoming. Gute Karte. Was bist du denn? Blood Vale Provider. Vier Mana. Fünf. Sechs. Fliegen Trampel. Immer wenn der Gegner einen Spellkasset, kreiert der Spieler einen Bluttoken. Und immer wenn der angreift, kriegt der plus eins nur auf jeden Bluttoken. Oh, yes. Yes, yes, yes. Den habe ich neulich mit diesem Token Duplicate Deck gesehen, gegen das ich gespielt habe. Da war der nicht schlecht. Aber vier Mana fünf, sechs. Ja. Fliegen Trampel. Ja. Ja. Kann was cool sein. Blood Chiefs fast. Ein sehr guter Removal. Auch hier haben wir ein Day Night. Ich weiß nicht, ob das hier relevant ist. Make Friends at Friday Night Magic. Go to your local Game Store. Please. Dann haben wir wahrscheinlich ne Menge Bluttoken. Was? Nur, 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 nur vier Bluttoken. Die sind auf der anderen Seite auch Bluttoken. Und dann haben wir. Okay. Was haben wir? Wir haben drei Midnight Hunt. Diese hier. Wir haben zwei Zendika und zwei Crimson Vaugh. Okay. Gucken, ob wir das Day and Night wirklich gebrauchen können. Ähm. Ja, können wir. Allein für den Tree Passer hier. Stimmt. Der ist ja auch Day and Night. Stimmt. Da war was. Gut. Ähm. Wir haben nämlich den Grave Judd Tree Passer. 3x3.3. Human Verwolf. Mit Ward. Bedeutet, wenn der Gegner den Zier von der Zauberlande Fähigkeit wählt, muss er eine Handkarte abwerfen. Zusätzlich ansonsten wird der Spell gecountert. Immer wenn er ins Spielfeld kommt oder angreift, exilen wir eine Karte aus dem Friedhof. Wenn es eine Kreaturenkarte war, verliert der Gegner Leben und wir kriegen den Leben. Mit Daybound. Und Nightbound. Wenn kein Spieler einen Spell gespielt hat, ähm, zu Beginn des nächsten Abkipps, dann dreht er sich. Ähm. Dann haben wir Grave Judd Gluton. Fünf Mana. Äh. Fünf Mana. 4x4. Ward Discardate Card. Und wenn er ins Spiel bekommt, können wir zwei Karten aus Friedhof und Exil. Oder wenn er angreift. Mit Nightbound. Das heißt, wenn man zwei Spells spielt, dreht er es wieder zurück. Dann haben wir den Disruption. Noch einen Tree Passer. Noch einen Tree Passer. Wow. Okay. Field of Ruins. Ganz coole Karte. Äh. Wird im Modern gespielt. Wird in vielen Formaten tatsächlich gespielt. Dann haben wir ne... Stimmt. Die hatten das letzte Mal auch schon Kamigawa-Karten. Hier waren Kamigawa-Karten drin. Marsch of the Wretch's Sorrow. Ein schwarzes und X. Wir können zusätzlich schwarze Karten aus den Sand abwerfen, um zwei Mana diese Karte günstiger zu machen. Wir fügen X-Schaden an der Kreaturen an Plainsboro zu und kriegen das Leben. Ne. Powered Kill. Zwei Mana. Zerstören was. Gut. Was bist du denn? Hilfemeister. Vier Mana. Exil-Type, Creature, Planeswalker. Man kann zwei Mana bezahlen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Dann zieht die 8 in eine Karte. Okay. Mehr Sword-Karten. Uh, da ist ein Playset-Zorg. Uh, Thirst of Discovery. In Karte ziehen können wir Basic-Line abziehen. Ist ganz gut. Ist ganz gut. Hier ist Downfall als Uncome. So krass. Und hier haben wir Crippling 4. Vier Mana. Wir suchen Kreaturen-Typ aus. Kreaturen, die nicht diesen Kreaturen-Typ haben, kriegen minus 3 minus 3. Wir sagen wahrscheinlich, äh, Werwolf oder so. Ich hab keine Ahnung, was hier noch drin ist. Memory Lusch. Das ist eine teure Karte. Vier Mana. Wir gucken uns die obersten X-Karten von unserer Bibliothek an. Und, ähm, X ist die Anzahl an Mana, die wir haben. Das heißt, im ersten Moment vier. Wir können zwei davon auf die Hand nehmen, den Rest und das Deck. Oder halt für sieben. Da können wir sieben tief gucken. Das ist halt schon stark. Das ist wirklich stark. Infernal Grasp. Destroy a Creature. Emerith. Fünf Mana, fünf, fünf, fliegen. Tatwort vier, solange er enttappt ist. Und wenn er mit einer Schaden zu fliegt, ziehen wir eine Karte. Wenn wir dann immer noch drei oder weniger Handkarten haben, dürfen wir nochmal auf drei hochziehen. Auch nicht verkehrt. Blood on the Snow. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Sechs Mana. Zerstöre alle Planeswalker oder zerstöre alle Kreaturen. Dann bringt meine Kreaturen der Planeswalker. Mana kosten von X oder weniger aus dem Redaufzeug, wo bei X die Snowmaner waren. Aber wir haben gar nicht so viele Kreaturenpläne. Oh, come on. Wir haben, glaube ich, gar keine. Dementsprechend, ja. Mal gucken. Highbreak Horror. Der war am Anfang richtig teuer, als das Set rauskam. Er ist auch immer noch sehr, sehr gut. Sieben Mana, sieben, acht. Flash kann nicht gecountert werden. Wenn man einen Spell castet, kann man entweder eine Kreaturzug auf die Hand, ne, einen Spellzug auf die Hand legen oder einen Non-Land-Permanent. Den Spellzug auf die Hand sagt halt, der Spell geht sogar auf die Hand. Der wird dadurch nicht richtig gecountert, aber er geht halt auf die Hand zurück. Und er spielt, da muss sie neu spielen. Wenn er das Mana nicht hat, dann ist es okay. Und wenn das Ding liegt und wir können halt irgendwie so ein Opt spielen oder so, können wir halt auch gegnerische Spells für einen Mana bouncen, was sehr, sehr wichtig ist. Ah, okay. Da haben wir dann Snow, Snow-Covered Lands für, für Ding. Hall of the Storm Giants. Sehr cool. Kommt, äh, entaptet spielen, wird zwei oder weniger Länder haben. Tappen für ein blaues. Und für sechs Mana wird das Ding zu einem 7-7-Giant mit Ward 3. Und Evolving Wilds. Uh, Schripwreck-Marsch. Kommt entaptet ins Spiel, es sei denn, ne, kommt getaptet ins Spiel, es sei denn, wir kontrollieren zwei oder mehr Länder. Das ist ganz gut. What? What? Boah, ich hab zu lange nicht mehr auf die Decklisten geschaut. Das ist ja, das ist ja wirklich krass. Wie gut diese Teile einfach waren. Ich, ich, wow. Ich bin immer noch super hart überwältigt. Da haben wir wahrscheinlich eine Menge Snow-Covered, na, so eine Menge auch nicht, aber Snow-Covered Swarm, Snow-Covered Island und, okay. Warum ist hier eine Evolving Wild in, in, in Sketch Art drin? In dem Dungeon Master Modul C7? Hä? Okay, hier muss anscheinend auch, wir hatten bei dem Weißen auch ein Special-Artwork. Also musste hier wahrscheinlich auch ein Special-Artwork rein. Das wurde das Evolving Wilds. Interesting. Ich mag das Deck. Ich finde das Deck, wie gesagt, das ist, ähm, vom, vom Spiel- und Power-Level und von meinem Spar-persönlichen Spaßfaktor her, ist es, ähm, an dritter Stelle, äh, darunter ist nur noch Werewolf, äh, nicht Werewolf, Vampire. Vampire sind wirklich weit unten. Also vorher würde ich, keine Ahnung, mit einem Zaunpfahl irgendwie und einer Wippe spielen oder so. Ähm, aber ja. Das, äh, ist das Deck. Äh, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das, äh, Deck ermögt oder nicht oder was ihr aus dem Deck gemacht habt. Ich glaube, hieraus ist es schwierig, ein Modern- oder Pioneer-Deck zu machen. Aus dem Mono-Weißen ist es echt einfach. Auch ein Modern-Deck zu machen, habe ich jetzt festgestellt. Ähm, das ist wirklich, wirklich viel zu einfach, meiner Meinung nach. Das war krass. Aber hier das Ding ist ein bisschen, bisschen seltsam. Okay. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und wenn ihr neuer Blech seht. Ciao, ciao.